guten tag leute hier spricht wieder euer peter ging jetzt zurzeit ist und es nicht unser spiel spielzeit sozial bundesliga muss man so zurzeit läuft es nicht bei uns leute läuft es nicht bei uns leute so weit läuft es bei uns nicht leute okay jetzt mit zwei kampf einfach nicht unser unser ding abwärts die defensiv ist einfach nicht und es ist einfach nicht unser definitiv das nicht einfach nicht unser ding leute ja merke an der krieg ins einmal alles ist einmal zurzeit nicht unser das ist einfach nicht und weil er einfach unser ding dieses so alle 13.000 punkte sind echt viel wenn man übernehmen es wird es ist nicht unsere die defensiven und deswegen gegen die nächsten müssen wir gegen stuttgart gewinne heute müssen es schaffen dass man eben gegen stuttgart gewinne was sonst wird es halt immer schwer in der bundes weil sonst wird es in der bundesliga schwierig aber auch immer mehr als die fröhre ich bin ich habe schon noch nicht in der bundesliga die fröhre ich hab schon rausgelaufen Ok, ja die tausend, ah vielleicht tausend, ah tausend wird, ah tausend wird sein irgendwie. Aber, wir waren doch dran, Alter, wir waren doch dran, ich verstehe es, Alter. Und wir müssen auch schnell in den grünen Bereich rein, leider. Schnell in den grünen Bereich kommen, so schnell wie wir in den grünen Bereich kommen. Und dann hoffe ich irgendwie, die Punkte zu machen. Ruhig bleibe, dran bleibe, dran bleibe. Oh, aber, ah, jetzt sieht es gut aus, die tausend sind. Ah, ein bisschen zu, ein paar, paar Zentimeter gefehlt, Leute, ah schade. Okay, es könnte knapp werden, aber machbar. Ah, schade, jetzt wird es nochmal knapp, aber jetzt müssen wir nochmal, ein Sieg brauchen wir wahrscheinlich noch. Oh, ein tausender wäre jetzt wichtig, ein tausender wäre jetzt wichtig, Leute. Oh, alle, mehr Hände, Alter. Boah, alle, mehr Hände, Alter. Boah, alle, mehr Hände. Boah, mehr Hände geschafft, Leute. Oh, alle, hab ich echt nicht gedacht, dass wir das noch schaffen gegen Stuttgart. Die alle gekommen sind. Wenn es Fragen gibt, dürfen Sie die jetzt stellen. Jetzt gut. Okay. Aber ich denke, es wird doch so, dass wir diesmal Knapi reinnehmen, dieses Spiel, oder? Ja, wir brauchen heute, wir müssen, wir müssen, ja. Eigentlich kann von beiden keine Antwort, die richtig ist, Leute. Von denen ist keine Antwort, richtig, Moment. Nein. Ja, die Meisterschaft wird diese Saison schwer. Wir müssen weiter konzentriert bleiben, weil die Saison ist, auch wenn vielleicht die Meisterschaft nicht mehr drin ist, leider. Wir sind in zwei weiteren Wettbewerben dabei, Leute. Wie gesagt, da sind wir noch dabei, Leute. Und Kinsley-Komar kriegt jetzt eine Pause, muss Jalla... So, dann würde ich fast sagen, R für Koma würde ich mitnehmen. Dann würde ich sagen, er kriegt eine Chance für Müller. Karl Winker kriegt eine Pause, dafür nehmen wir ihn mit. Und sonst passt er. Und jetzt müssen wir halt gucken, wie wir es einfach hinkriegen, Leute. Ruhig spielen. Spielsachlich spielen. Und einfach hoffen, dass wir ein gutes Spiel heute in Stuttgart machen. Und wieder dranbleiben, oben dranbleiben an den Top-Teams, Leute. Wir sind zur Zeit nur vierte. Zwei Punkte hinter Leipzig, Leute. Wir sind nur zwei Punkte hinter Leipzig, Leute. Wir sind sowieso im Geschäft. So. ... Mh. Nein. Amma, kein Problem. Ah, das Ding! Vielen Dank. Ah, ich wollte die Miete passen. Ah, schade. Stürm HV war es ein bisschen von. So, ich bin mal ein bisschen offensiver. Ein bisschen offensiver und ruhiger spielen. Ah, Mann. Ein paar Dinger haben nicht viel hingeführt. Ah, die Mitte ist einfach dicht von Stuttgart. Ah, ich habe... Ah, ich habe... Was ist mit uns in der Bundesliga los, Leute? Was ist mit uns in der Bundesliga los, Leute? Was ist mit uns in der Bundesliga los, Leute? Was ist mit uns? Ja, ich habe... Oh, nein. 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 ... ... ... ... ... ... Junge, in der Bundesliga ist einfach dieser Wurm zur Zeit drunter. Junge, in der Bundesliga ist einfach dieser Wurm. Junge, in der Bundesliga läuft es. Junge, in der Bundesliga ist einfach dieser Wurm. 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 Aber eigentlich Meister sind immer wieder Wurm. Bundesliga, DFB-Pokal da funktioniert. Und Champions League kann man auch noch. Wenn es kein Schwert und ein harter Gegner werden könnte, dann hätte man schon noch ein bisschen hart geguckt. Ja. Bundesliga, DFB-Pokal. Bundesliga, DFB-Pokal, 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 DFB-Pokal. Bundesliga, DFB-Pokal. Bundesliga, DFB-Pokal! Ja, das war wieder gut. Nur hat Stando wieder einen. Wow. Wow. Ah, schön. Ja, das war. Ja, das war. Wow. 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 Die Teams laufen, die anderen Team... Ah, Mann! Die laufen und... In der Bundesliga... Wir kommen in der Bundesliga... Junge, einfach nicht... Die Bundesliga... Da laufen wir einfach durch... Offensiv-Defensiv spielen... Offensiv-Defensiv... 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 Offensiv-Defensiv-Defensiv-Defensiv... Offensiv-Defensiv-Defensiv-Defensiv-Defensiv-Defensiv-Defensiv-Defensiv-Defensiv-Defensiv-Defensiv-Defensiv-Defensiv-Defensiv-Defensiv-Defensiv-Defensiv-Defensiv-Defensiv-Defensiv-Defensiv-Defensiv-Defensiv-Defensiv-Defensiv-Defensiv-Defensiv-Defensiv-Defensiv-Defensiv-Defensiv-Defensiv-Defensiv-Defensiv-Defensiv-Defensiv-Defensiv-Defensiv-Defensiv-Defensiv-Defensiv-Defensiv-Defensiv-Defensiv-Defensiv Aber gehen die da trotzdem auf den Mund. Ja, der Bundesliga-Film. Boah, Mann. Alles законч, was ist ein Schürzer an der Bundesliga-Losbau. Boah, Alter, das kann! Ah, Junge, die Mann... Alter, die Mannschaft... In der Bundesliga-Zimmer... Äh, man muss... In der Bundesliga laufen wir da hin. Aber das soll echt seltsam, laut DFB und... In den... 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 National... Machen sie mal echt die Konkurrenz durch. In der Bundesliga... Sind wir zur Zeit nicht Konkurrenz durch. Alter, Dortmund kommt... Dortmund... Alter, Dortmund geht weiter! Neva Göden zieht uns... An uns vorbei... Alle... Die vier großen Teams tun uns... Abruh... die mannschaft ist in der nacht war alle im bundesliga sind wir weg fünf tage ja man das sei bundesliga ist zum abhaken da leute das ist unser problem die champion kundin richtig aber wenn es pech ist könnte diese saison richtig aus der hand kleiden langsam leute aus der hand leute für uns leute und so weiter geht kann ich mir zur zeit ist mit und dass ich so man aber sie hat so leute und ging gegen hoffenheim mit noch gut kämpfen verlor aber ich würde sagen gegen hoffenheim spielen wir erst beim nächsten mal somit sagt euer peter gaming tschüss bis dann und pg bis den tschüss